hey meine freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal wieder mit dabei ist unser altbekannte philipp oh sorry unser altbekannte dennis sorry ja ich habe ein kleines überraschung auf geht da kommen aber warte dann bis ich mich zu ende bin ich habe nämlich die kirk von dem messer in die hier gemacht hat mal langeweile und der dennis entfacht das viel spaß am start und ich habe nebenbei engel goldenen lassen einmal verkürzt weil ich will nämlich langsam starten wie in kreativen so könnte hier auf diesen server zu problemen führen warum es kann legen und es kann sein dass sie ganze zeit geschmissen wirst da kommen ist halt ernst ich kann das eigentlich in ebel dann musst du das in die konfigur kurz mal reinglutschen kurz mal reinglutschen dann braucht der server zwei stunden um wieder hoch zu fahren aber es ist wenigstens gemacht weiter ja aber wenn ich das jetzt mache ich habe nur noch eine stunde da ist doch eine stunde meinst du das musst du noch irgendwo weg oder philipp mittlerweile müsstest du es wissen sorry ich bin nicht in die hellste bierende familie gewesen bin ich immer noch nicht aber ich frag ja noch mal nach bevor das irgendwas aus durfheit kommt 8 8 8 8 8 uhr ist also oder wir machen das morgen dann mit dem konfig das problem ist hier flying generell zu enablen es leckt dann übelst auf dem server ok ich bin weg weil wenn man hier fliegen nicht kann und dann den angel ring noch hat und der flug enable ist dann ist es scheiße ich weiß nicht ob vom angel ring her das enabled ist wenn ich das trotzdem enable der angel ring würde dich trotzdem hier kicken das muss vom angel ring her enabled werden das kann ich hier auf dem server nicht machen was ob es in a bilder ist ich probiere mal was im single player im single player ist es anders als wir auf dem server dann hat man quasi ich kann das in der server konfig nicht ändern weil es keine konfig datei hier gibt man baut sich ressourcen einfach nur um für den arsch man man sucht sich was auf baut sich die ressourcen ab denkt man sich dann weiter nee fick dich ganz ehrlich ich bin das scheiße vom server sonst bau ihn doch erstmal dann sehen wir ob er angekickt wird und lass diese ausdrücke bitte immer noch youtube meine güte philipp ich hab letztens schon einen strike deswegen bekommen denn es ganz ehrlich du musst es nicht an mir klagen du musst an den scheiß verabschieden akzept voll klar der hat das ja aber du warst die person die den spike mir verursacht hat weil du es gesagt hast aber meine güte darf man nicht was sagen hier wir sind schon in der kultur von dem zweiten weltkrieg oder was meine herren darf sie reden davon davon habe ich jetzt nichts gesprochen nur das problem sind die ausdrücke manchmal sorry wenn es bei mir die einem option mal ausrück kommt aber ich dachte ich habe eine meinungsfreiheit und wenn die gestoppt werden soll ich habe aber ich habe ja keine mehr schließlich wird mein youtube kanal nach drei ist weiß gelöscht es ist ja nicht deiner wir machen es mal so denn es wenn hier das engl ring scheiße ist also gut auf gut deutsch klammern lede da ich mal so umgangssprachlich man darf ja nicht das wort scheiße sagen ist ja gesetzlich verboten dann würde ich sagen wechseln wir das modpack weil wir gucken dass morgen ich kann nicht jedes mal jeden modpack wechseln das weißt du ich hab ich hab das problem ist vom server her ich kann kein server mehr kaufen dann suchen wir ein anderes modpack aus wo das geht und wo das nicht direkt zu ist ja wenn ihr in 172 spielen willst dann gerne das ist nämlich das problem bei diesem server die guten modpack sind in 172 ich denke mir nur liebe amacher von den modpack jetzt mal ganz ehrlich unter uns ja ihr macht schon ein gutes modpack habe ich nichts dagegen nur wenn ihr mit den configs so disabled dass man den golden lasso die vom server die können da gerne die von modpack können gar nichts dafür oder die vom server meinetwegen auch die vom server sorry wegen dem machen von modpack sorry nämlich zurück wenn ihr das vom server auf gut deutsch sorry für den ausdruck nicht geschissen kriegt dass ihr den config sagt hier macht ihr packt den angel ring rein und trotzdem macht ihr den config disable und der angel ring gehört bleibt draußen villager immer klatscht dich weg und in den configs weg gemacht wird gelöscht komplett weg dann solltet ihr das modpack noch mal überlegen ob das noch mal rechtlich offen weil dafür ich finde es scheiße auf gut deutsch und schade eigentlich wenn ihr das modpack mit extra utility 2 rein packt und den angel ring wenn in klammern gleich ihn ausprobiert habe ich habe ein paar sachen noch und den klammern endring der nicht funktioniert wird und ich dafür wegen den server geschmissen werden das liegt dann an den server also das liegt nicht an dennis nein liegt auch nicht an modpack dann liegt es auf dem server findest du das findest du das 1a geile sache ich habe mit extra die struktur der beiden häuser behalten habe ich mir schon gedacht denn es auch schnell einen block bei der smelterry ab aber nicht die komm raus raus mit ihr was den tank abgebaut dann habe ich dir gegeben jetzt ist er blut gemeinswert hat sich eingesperrt wo komm her gockel Ja, dann komm rein, meine Güte Meine Güte, Villager Du stellst dich aber echt hier an Zack, fertig So, kannst du bleiben Was, so ein Henker? Okay, ich, weißt du Villager, Amor, platziere ich hier hin Er rennt, wie ein Sonnirr, erstmal hier in die Ecke rein So, Angel Ring Schwarz, Steine, Glas Kürze, Lasso Ah, ich wollte den Metal Osmium, genau Dein, du brauchst einen Bogen? Gar nicht Denk ich dir Ah ja, ich wollte dir den Ding ausbauen, ne, genau Was? Den komischen Stein da Brauchst nicht, mach ich gerade Ich hab doch schon die Ressourcen dafür Echt, du hast den Stein? Ja, ich kann, ich bin Ja, dann kannst du mir die vier geben Zack Nee, du brauchst nicht Sag doch, was brauchst du denn? Du brauchst den Stein einfach nur rein Nur den Stein, okay Danke Ja, mein Ding Mein Liebes Melteville Ähm Hallo, der Villager So Und, läuft das automatisiert? Nein, eigentlich Okay Ich hab den Ja, den Schmied sozusagen Ja Ähm Pock ich den erst mal hin Ich komm ja gleich Mensch Warum hast du so gehupt? Ich hab doch gesagt, ich komm gleich Meine Güte Meine Güte Wolltest du eventuell noch mal was Kohle fahren? Und dein Angel Ring hast? Wenn du mir ein, äh, Sparse-Dolsch-Crate machst, dann gerne Ich hab doch überhaupt Platz Ja, dann warte erst mal Ich bin da noch mit meiner Smelteville beschäftigt Sorry dafür, aber die Smelteville geht irgendwie vor Ich bin da noch mal Ich bin da schon im Witz wer hat die tür offen gelassen war es nicht so dass du mir gesagt hast war vor kurzem kurzer zeit ich habe die aufgemacht ich bin hier die ganze zeit am einer smelter wie okay damals der villager hast du noch ein bisschen clean stone clean stone gute frage hast du glück 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 du ja genau du hast doch lach auf dem schwert ich hab lach von der picke wir brauchen coca beans ist doch ganz einfach wir haben den umwandler am start haben wir knochen doch habe ich gerade eingepackt ja bei mir liegen ich brauche den da da zack ich brauche ein upgrade dafür zack zack du brauchst die linse der farben brauchst du komm verbrenne hexenattacke ich habe zucker gut leider nicht das leider wiederum nicht das wäre nämlich eigentlich besser gewesen automatisieren ne der gehört jetzt mir ganz ehrlich wer hat der bär mit dem schießgewehr ne mr andy andy dann nicht so dann habe ich auch mal ein ding ist abgegradet so was fahren wir dafür wir brauchen redstone ne rotgestein 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 scheiße schade eigentlich weil ich muss ein neues farmen äh ne ich bin nur sand gerade farmen ach schade ich dachte wir sind bereits im redstone farmen teatus quartz, black quartz, kupfer, vielleicht nicht ach ne wir haben die letzten vier habe ich quasi konfessiert ne was redstone redstone was ein osmium äh eilen haben wir nicht mehr oh hier sind bienen drin in dem b house ja das sollte man in ruhe lassen sonst gibts gestache vom aller feinsten nein in dem b house ja moin gut osmium kann nicht geschmolzen werden ok black quartz ist hier drinnen fünf stück philipp ja du hast die luck pickaxe ne ja ich glaube es wäre wirklich sinnvoll wenn du redstone farmen gehst und vielleicht etwas kohle mitbringst weil wir haben keine kohle mehr nehm doch holzkohle genau auch was brauchst du denn was willst du denn machen ne äh ich mein ja nur weil wenn du ja ehre zum brauchst was willst du denn bauen denn jetzt frage ich mal so rum ich baue mir doch grad die lens ok weil quarts brauchen wir nicht zu malen weil das könnte man dann quasi äh so kriegen nein metal äh vier eisenbögen das heißt zwei ein iron wenn es schade dass manche ärzte nicht geschmolzen werden das ich musste ja squashen glaube ich naja na das ist ich hole einen löffel es ich 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 hier Soooo Ich könnte mehr Bornmehl verbrauchen Bornmehl? Du weißt wie das geht. Durch Knochen Ich meine Insects Die Die Oder Green Die Zwei von denen Und wir haben jetzt eine neue Maschine. Nennt sich Metall Ich- Okay wir sind wieder bei 20 Minuten. Ich würde mal sagen Na leider Ähm Metal Vier Redstone Ah Ah so geht das Dann noch zwei Redstone über Weg damit Zwei Uh Dennis Wir haben da was Wir haben da was Wir haben da was Pils und Erde Pils Ach Nö Als ob Mit Celium Also Freunde Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Auf 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 Bis zum nächsten Mal.